Und bei Ein Herz für Kinder geht's musikalisch weiter mit einem ganz besonderen Lied, mit einem Lied, das John Lennon 1971 geschrieben hat. Und dieses Lied tröstet seitdem ganz viele Menschen auf der ganzen Welt und gibt Inspiration. Es ist in der Welt der Musik eine wirkliche Hymne, ein Leuchtturm, ein ganz besonderes Stück. Heute Abend wird es vorgetragen von der elfjährigen Georgia. Sie ist die Gewinnerin von The Voice Kids in diesem Jahr. John Lennons Imagine, am Piano begleitet von Leo, gesungen von Georgia. It's easy if you try No hair below us Above us only sky Imagine other people living life in peace You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you will join us I hope someday you will join us And the world will be as one Imagine no precision I wonder if you can I wonder if you can I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man A brotherhood of man A brotherhood of man Imagine other people And the world Sharing all the world Sharing all the world Sharing all the world Sharing all the world You may say I'm a dreamer Wow, wow, wow. Georgia, vielen herzlichen Dank. Was für eine beeindruckende Stimme. Und Leo, danke dir ganz herzlich für die Begleitung am Klavier.